Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes. Oh krass, wir haben jetzt hier ein richtig großes Dorf, frei mit Taverner und allem drum und dran, das ist ja cool. Fuchstal, in einem kleinen Tal am Buse der Golgo liegt das Dorf Fuchstal. Auf den Feldern dieses Dorfes wachsen unerklärlich und geheimnisvoll Töpfe. Irgendeine Gefäße springen unaufgefordert aus dem Boden, als wäre ein Zaubertrick der Natur am Werke. Männliches Zutun ist nicht erforderlich, die Töpfe wachsen in allen Größen und Formen. Fuchstal hat Handelsbeziehungen mit dem Dorf Gudno in Mecht oder Maart aufgenommen. Dort nämlich wachsen unerklärlich und geheimnisvoll Topfdeckel in allen Größen und Formen. Was ist da denn los? Unser Blut zählt weniger als Wein. So, sammeln wir mal noch die ganzen Sachen ein, weil die am meisten noch Essen haben und wie gesagt, die ganzen Waffen und so verkaufe ich gerne. Guck mal, hier gibt es glaube ich auch wieder keinen Händler, den ich will. Habe ich gerade, ja, ich habe gerade das Falsche ausgeräumt. Ah scheiße, was ist meine Bezahler? Mich bezahlen ja sonst niemanden. Aber mittlerweile müssten wir echt wieder viel Essen haben. Es ist bestimmt geil, so eine rohe Zwiebel zu essen. Der muss doch irgendwo hier sein. Da. Gut. Ich glaube hier ist leider nur eine Taverne. Und kein Händler. Na. Auf welchen Feldern ist das denn jetzt mit den Töpfen? Würde es gerne mal sehen. Okay, hier nicht. Wir sind schon auf alle denkbaren Arten bestraft worden. Hm. Hier? Ah, Moment, wir gehen mal zu den Leichenberg da drüber. Eventuell ist da wieder ein Brief oder sowas. Das ist so als kleines Bonusding anscheinendbar, dass da immer eine kleine Geschichte mit drin ist. Aber es ist merkwürdig. Befehle auf blutigem Pergament an Peter Hakennase. Du hast bis zur Morgendämmerung Zeit, deine Einheiten zu sammeln und auszurüsten. Ihr werdet in zwei Gruppen zuschlagen, um die Abwehr schneller zu durchsprechen. Die Leute werden sich nicht lange verteidigen können und Fuchstal hat keine Garnition, also werdet ihr euch amüsieren. Aber bringt sie nicht gleich alle um. Schickt mir ein paar Lebendig nach Tulasens. Ladet die Beute auf Wagen und schickt Läufer, wenn die Verteidigung überwunden ist. Entsende ich Männer, die euch beim Transport helfen. Und geht dieser Geschichte von den Töpfen nach, die in Fuchstal aus dem Boden wachsen sollen. Vielleicht tut sich da eine Geschäftschance auf. Lot. PS, wenn ihr irgendeinen Koch oder Bäcker findet, der weiß, was es mit den Töpfen auf sich hat, tötet ihn nicht, sondern schickt ihn gefesselt zu mir. So, wo ist denn jetzt das Feld, wo die Töpfe rauskommen? Okay, also, hier ist alles möglich, aber... Hallo, wer greift mich an? Das ist doch auch wieder eine Art Lager, aber es scheint kein verlassener Ort zu sein. Und das ist Level 46, sehe ich gerade. Also, wir machen quasi keinen Schaden. Was ist denn hier los? Ist halt auch nervig, weil es zwei sind. Ach, da sind die Töpfe, habt ihr es gesehen? Feuer müsste doch eigentlich gut sein gegen die. Ich komme nicht mehr raus, ich komme nicht mehr raus, ich komme nicht mehr raus. Och, Geralt. Alter, die Pflanze nervt. Aber wir brauchen Gwen, wenn wir jetzt nicht sterben wollen. So, eine weniger. Ach, die lebt ja immer noch. So, eine weniger. Das sind auf jeden Fall die stärkere Art von dieser Pflanze. Also, boah. Oh, die waren schwer, die waren anstrengend. Giftet die noch rum? Ne. Werden mal ein Stündchen... Ach, jetzt müssen wir eigentlich schon... Fuck, wir müssen eigentlich erst mal zu dem anderen Auftrag gehen. Gucken, wie der hieß. Mein Fäden... Ne, das war ja eigentlich ein Hexerauftrag. Geh mittags zu Graf und nehme am Picknickteil. Ich weiß halt nicht, ob das so genau ist, dass da wirklich... Dass der nächste Tag ist und das dann quasi abgelaufen ist. Oder ob man immer mittags da hingehen kann. Aber es ist mir zu riskant, ehrlich gesagt. Dieses Quest zu verlieren, weil man wirklich am nächsten Tag hingehen muss. Und es ist jetzt gerade der nächste Tag. Deswegen würde ich dann doch erst mal mich dahin verziehen. So, ich habe jetzt dieses Lager hier quasi auch noch befreit. Es war überhaupt gar kein besonderer Ort im Sinne von verlassenen Städte oder irgendwas. Aber es gehört ja logischerweise mit zu dem Dorf. Weil es scheint ja hier diese Förder zu sein, wo diese Töpfe halt rauskommen. Und dementsprechend, ja, habe ich denen auch einen Gefallen getan. Auch wenn das irgendwie nicht wirklich relevant war. Aber wir gehen jetzt... Das war nicht der Plan. Wir gehen jetzt erst mal ganz, ganz weit woanders hin. Und dann reisen wir einfach wieder zurück ins Fuchstal. Das macht ja nichts. Oh, fuck. Da können wir doch nicht mal schnell hinreisen, weil wir da noch nichts haben. Naja, egal. Dann müssen wir jetzt erst mal hier hin. Es sind auch viele Fragezeichen. Das heißt, wir können dann, nachdem wir das mit der Hexe auf dem Luxberg, wie auch immer, gemacht haben, können wir rein theoretischerweise... Waren eigentlich gerade vor ein paar Sekunden noch diese Leichen? Okay. Können wir dann auf jeden Fall auch erst mal ein paar Fragezeichen wieder klären. Lecker, da muss ich zumindest noch in die Taverne reingehen. Das soll ja nicht so lange dauern. Weil... Ach, wenn wir jetzt schnell reisen, vergeht ja auch Zeit, fällt mir gerade ein. Oh, oh. Mal schauen. Aber es wäre ein bisschen scheiße, oder? Wenn dann dieser... Dieser Auftrag weg wäre. Wir reisen einfach schnell. Wenn jetzt Zeit vergangen ist und der Auftrag ist immer noch da, dann ist ja eigentlich klar, dass der Auftrag nicht einfach verschwindet, oder? Dann würde ich doch erst mal den anderen Auftrag machen, weil der mich gerade mega interessiert. Ich will wissen, wie die Geschichte ausgeht mit dieser Daphne. Nee, es ist keine Zeit vergangen. What? Dann können wir da ja hinreiten. Plötze. Okay, ich kann ihn gerade nicht rufen. Ich weiß nicht, wieso. Die Taste funktioniert nicht. Hallo? Es ist super weit weg. Darf ich bitte hinreiten? Ohne Scheiß. Ich drücke auf Plötzetaste und es klappt nicht. Hat sich irgendwas verstellt? Pferd rufen? Nee, ist immer noch auf X. Oh, ey. Weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber ich kann gerade nicht Plötze rufen. Das nervt mich. Schön 400-Schritt-Rennen. Ich versuch's auch immer zwischendrin, aber passiert einfach nichts. Belgard-Weingut. Der ehemalige Besitzer des Weinguts fiel einem Kredithai zum Opfer und verschuldete sich. Der Kredithai schickte ihm Banditen, um die Schulden einzutreiben. Als denen klar wurde, dass es kein Geld zum Eintreiben gab, ermordeten sie den Mann und alle anderen Bewohner des Anwesens. Und als wäre das nicht Schandtag genug, machten sie das Weingut zu ihrem Basislager und überfielen von dort aus Weintransporte für ihre wilden Saufrägien. Sie waren so wild und so gut ausgerüstet, dass niemand sie besiegen konnte. Bis eines Tages ein tapferer Alchemist einen Weintransport durch das berüchtete Gebiet mit einer hohen Dosis Rizinus versetzte. Oh, da muss man dann ziemlich kräftig aufs Klo. Das ist zumindest das, was eigentlich Rizinusöl macht. Und wahrscheinlich haben die dann, sie dann abgeschlachtet wurden oder so, keine Ahnung. Ziemlich große Weinfelder, aber wie es auf den Sack geht, dass ich gerade laufen muss. Es wäre so geil gewesen, die lang zu reiten. Aber wie gesagt, die Taste funktioniert gerade nicht. Ich weiß, ach sorry, ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ist es weg, wenn ich neu lade, aber ich habe jetzt keinen Bock, hin und neu zu laden. Laufen halt ein paar Schritte. Und von da aus, da gibt es ja dann auch ein Wegkreuz, können wir dann einfach wieder uns schnell reisen, also zurück schnell reisen, ins Fuchstal. Das soll ja dann kein Problem sein. Bin hier mal gespannt auf die Bilder, die er da gemacht hat. Oh, hier gibt es auch noch ein Anschlagbrett, sehr schön. Machen Sie erst mal den Auftrag hier. Wie von Frau Graf Bilitorals. Meine Liebe, hier ist alles gut. Es ist jetzt schon seit Tagen heiß und sonnig und das Fenster in Clarissas Zimmer steht fast den ganzen Tag offen. Wenn du ihr Gesicht sehen könntest, sobald die Sonne drauf scheint, die reine Freude. Sie sieht ganz wie vor dem Unfall aus. Wenn es noch wärmer wird, lasse ich ihr den Stuhl in den Garten tragen. Vorgestern hat unser Meister, hat uns Meister, Buivardes, Frau Elisa besucht. Du erinnerst dich an sie, oder? Als die Buivardes nach Covier gegangen sind, haben sich alle Damen der Feind gesellschaft gefürchtet, sie zum Abendessen einzuladen, dass sie entweder verrückt oder eine Art autodiktaktische Hex zu sein schien. Das lag daran, dass sie trotz mangelnder Ausbildung Zaubersalben und Zauberkosmetik herstellt. Angeblich hat sie drei Jahre in den Drachenbergen zugebracht, um von einer Elfenzauberin zu lernen. Du weißt ja, ich gebe nichts auf Gerüchte, darum habe ich sie gleich noch ein Glas Limonade eingeladen, als der Diener sie ankündigte. Sie hat sich als außerordentlich charmante Person erwiesen und die Geschichten über Zauberei sind schrecklich übertrieben. Sie hat tatsächlich drei Jahre in Arethusa studiert, musste die Akademie nach schweren Feelinvestitionen ihres Vaters jedoch verlassen. Immerhin konnte sie sich ein solides Wissen über Pflanzen und deren magische Anwendung erwerben. Sie hat eine Heise aber mitgebracht, die sich Clarissa zehn Tage lang morgens und abends in die Beine einmassieren muss. Danach will Elisa uns wieder besuchen, um sich die Ergebnisse anzusehen und uns weiter zu beraten. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Frau. Im nächsten Brief werde ich berichten, was ihre Behandlung erbracht hat. Pass auf dich auf, meine Liebe. Du darfst bitte nicht überreagieren und etwas Dummes tun, denn ich wüsste nicht, was ich täte, wenn dir etwas zustieße. Ihre liebe Arabella. Was für ein Zufall, wenn wir den Brief da drin gefunden haben, in diesem Kasten Wein. Die Wildnis zu Sans wird unzählige, verprinierende Geheimnisse. Wie geht es dir? Guten Tag, guten Tag. Was auch? Ja, hä? Sowohl die Weibchen als auch die Männchen der Tausendfüßler von Beauclair sind exzellente Jäger. Die Tiere greifen meist rudelweise an, doch einmal konnte der Autor dieser außergewöhnlichen Arbeit ein Einzelexemplar in Angriffsbereitschaft einfangen. Man beachte den Jäger, der in vollem Bewusstsein der Gefahr und in aller Entschlossenheit auf den richtigen Augenblick zum Zuschlagen wartet. Ah, Geralt, da bist du. Wunderbar. Tritt näher. Wie schön, dich zu sehen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, das du nicht ablehnen darfst. Du kannst es natürlich verkaufen, aber es wäre mir eine Ehre, wenn du es bei dir zu Hause aufhängen würdest. Danke. Kann ich das Bild bitte wirklich haben als im Echt jetzt? Eine deiner Wachen im Lager hat mir von Clarissa erzählt. Es tut mir leid, dass sie einen Unfall hatte. Danke. Solch freundliche Worte bedeuten mir sehr viel. Wie geht es, Clarissa? Sicher kann sie deine Rückkehr kaum erwarten. Haha, damit sie ihre Geschenke kriegt, meinst du. Aber ich habe ihr schon zwei geschickt. Sie muss nicht auf meine Rückkehr warten. Auf dem Heimweg will ich durch Dol Blatana ziehen. Angeblich gibt es dort Sylvane. Stimmt. Ich kenne sogar einen. Er heißt Torp. Kann ziemlich niederträchtig sein, aber wenn der Preis stimmt, tut er alles. Wie schön. Danke für den Tipp. Bestell ihm schöne Grüße von mir. Du hast ja viele Freunde. Und sie sind ganz hingerissen von deinen Bildern. Oh, wer so viel Geld hat wie ich, der wird umschwirrt wie frisches Fleisch von Fliegen. Jeder Nieser, jeder Rülpser wird beklatscht und bejubelt. Sie sind nicht alle verlogene Kriecher. Das will ich nicht sagen. Nur die meisten. Leider. Warum lädst du sie überhaupt ein? Ich bin ein Mann des Geschäfts, das ich über jede persönliche Sympathie oder Antipathie stelle. Außerdem... Außerdem... Bisweilen stelle ich ein total missratenes Bild aus. Nur um mir anzuhören, wie sie sich überschlagen, um dieses Geschmiere über den grünen Klee zu loben. Je dringender jemand sich meine Gunst erwerben möchte, desto lauter preist er das Meisterwerk. Ein diebischer Spaß. Schön, dich zu treffen. Bis dann. So. Habe ich das Buch, äh, das Bild jetzt automatisch? Ich darf ja auf Garantie mitessen. Das ist ja diesmal kein Clown. Hauptbuch. Auch rot. Ich verstehe nicht, warum so viele rote Sachen sind. Das ist doch gar kein richtiges Questzeug, oder? Stellung von Bein aus Toussaint. Und dann auch noch sowas. Was riecht denn damit? Es gibt kein Schwein. Viel Glück bei der Jagd, Hexen. So. Wer essen für mich? Ich habe viel Hunger. Viel Hunger habe ich. Sorry. Hühnerleber, Pastete, Zwiebel, Baguette mit Kamemberg, gerüstetes Kräuterbrot, Chardonnay. Krass, nice. Boah, hier können wir uns sowas von eindecken mit Essen. So geil, eh? Himbeeren, Pfeffer, Toffee, Essig. Mh, Essig, oh, das gibt mir aber Kraft, wenn ich einen Liter Essig trinke. Oliven, Himbeeren, Pfeffer, Toffee. Ja, und was soll ich sagen? Er hat mit diesem Esel den Sieg herum. Mach's gut. Oh ja. Pfeffer, Toffee. In der Herberge haben Sie das auch erzählt. So geil, was da ist teilweise. Essig, Pfeffer, Zwiebeln. Rillette vom Schwein, Bratensfleisch. Brioche, Baguette mit Fischpatee. Oh, ich glaube das war's, oder? Aber wir haben ja auch vier... Die tanzen ganz alleine, die Arme. Komm, ich tanze mit. Hast du Angst vor Badebahnen? Nein, ich hab keine Angst vor Badebahnen. Ich wollte mit dir tanzen, damit du komplett verrückt bist. Okay. Ne, sonst gibt's ja nichts zum Einsammeln. Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Bilder nochmal genauer an. Ein extra 10 Pfauen. So ist denn dein... Wie herrlich das Motiv des neuen Zyklus des Barons zu treffen. Welch Gelegenheit. Viel Spaß in der Ausstellung. Danke, es sind drei Bilder. Ich bin fertig. Geras ist emparnbar. Schöne Bilder. Ach, ich hätte gerne so ein geiles Bild in echt jetzt. Ich meine, es gibt Menschen, die können sowas ja zeichnen, ich nicht. Jetzt schauen wir uns aber mal noch hier diesen Anschlag mit an. Suche Quinn-Spieler. Da grafen man je Quinn troniert, habe ich beschlossen, eben was ein Turnier auszurichten. Es wird leider nicht ganz so verschwenderisch wie das von Monier, weil ich nicht so wohlhabend bin wie diese Halunke. Ich kann euch aber versichern, dass wir im Gegensatz zu Monier das Wache Quinn spielen werden, ohne diese blöde Skellige. Yaki Raffiberg. Bekanntmachung. Die Antwort ist nein. DL. An den Finder. Ich habe ein Hufeisen verloren, wie es nur in Bellhafen angefertigt wird. Dafür haben wir ein stolzes Sümschen bezahlt. Wer es mir wiederbringt, den werde ich mit Wein belohnen. Marcel von Bazar. Nein, ich bin kein Fokus-Pferd. Ich meine es ernst. Suche Dame in Not. Ich bin ein fahrender Ritter und möchte gerne für eine Heldentat bekannt werden. Wenn jemand also von einer Dame in Not weiß, lasse er es mich wissen. Am liebsten wäre mir ein Mädchen, das von einem Riesen in einem Turm gefangen gehalten wird. Und das Mädchen sollte nicht älter als 20 Sommer sein, denn das ist auch mein Alter. Ach ja, und sie sollte gärtnisch lang sein. Herkult de la Massur. Ich finde diese ganzen, wie sagt man, diese ganzen, wie sagt man es denn, Easter Eggs auf andere Geschichten, Legenden und Wahrheiten sehr geil. Das war jetzt quasi auch wieder so eine Mischung aus Herkules und Verputz, lass dein Haar herunter. Aber es gab hier schon so viele andere, ich planete mal. Jesus zum Beispiel, der aufs Wasser läuft. Kaufe Bienen. Ich bin Bienenzüchter. Letztes Jahr raffte eine merkwürdige Seuche meine gesamten Bienenvölker dahin und ich würde niemanden auf den Gedanken kommen, fremde Bienen zu stehlen. Wenn ihr Bienen zu verkaufen habt, kaufe ich sie euch liebend gern ab. Alois. Hortens Weingut geschlossen. Bei einem Angriff grässlicher Kreaturen, die an riesenhafte Tausendwüter erinnerten, erlitt der Eigentümer des Hortens Weingut schwere Verletzungen. Da die Bedrohung noch nicht gebannt ist, bleibt das Hortens Weingut bis auf Weitere geschlossen. Wir bieten vielmals um Verständnis. Okay, viele Fragezeiten sind jetzt nicht wirklich aufgekommen, aber egal. Gut, 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 gut. Kein Nebenquest, wie es aussieht. Interessant. Die Taverne gehen wir natürlich auch noch rein. Stimmt, der Fuchse hat mir ja auch noch eine Taverne, der aber nicht drin war. Wie heißt die? Zum Schallach und den Kardinal. Wehe, du reitest in deinem Zustand noch. Willkommen in meiner bescheidenen Wirtschaft. Aus welchem Land stammst du? Puh, ich bin schon so lange unterwegs, dass ich keine Antwort weiß. Sagen wir, aus dem Norden. Ach, ist es wahr, was man sich erzählt? Krieg und Tod und Zerstörung überall? Das ist übertrieben, aber nicht sehr. Tut mir leid, dass ich frage, aber ich habe Familie in Eddern, weißt du? Daher die Neugier. Aber bitte sag mir doch, was ich für dich tun kann. Die Stimme hat auch wirklich gepasst, aber war nicht ganz so schlimm. Du hast Familie in Eddern? Wo denn da? Wenn du es mir sagen willst. In Bengerberg. Warst du da schon mal? Oh ja, oft. Das ist die Heimatstadt meiner... Von jemandem, der mir sehr lieb ist. Ähm, hübsche Stadt jedenfalls. Bengerberg. Hat auch nicht allzu sehr unter der Invasion gelitten, soweit ich weiß. Puh. Da fällt mir aber wirklich ein Stein vom Herzen. Ich muss schon sagen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Essen wahrscheinlich... Oh, die hat eine Karte. Nausicaa Cavallerie. Cavallerie... Irgendwas. Nilfgaard. Steige der Einheitenkarte 2. Ach so, das ist die. Komplett langweilig. Ja, der Rest ist nur Essen, brauchen wir nicht. Ähm, ich würde sagen, Quint schieben wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr vergesst es beim nächsten Mal nicht, weil ich jetzt nicht nur eine Folge aufnehme, sondern das Ganze jetzt ja erstmal abschließe. Und ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxi, bis zum nächsten Mal. Tschüss.